Die britische Regierung hat ihren Schlachtplan gegen die Ausbreitung des Coronavirus vorgelegt. Premierminister Boris Johnson sieht unter anderem Schulschließungen, Heimarbeit und die Absage großer Versammlungen vor. Vom Händeschütteln rät er unterdessen offenbar nicht ab. Ich schüttle ständig Hände. Ich war neulich in einem Krankenhaus mit Coronavirus-Patienten und ich habe allen die Hand geschüttelt. Ich schüttle weiterhin die Hand. Ich denke, es ist sehr wichtig. Jeder kann selbst entscheiden. Was sagen die Experten? Das Wichtigste ist Hände waschen. Großbritannien hat bislang mehr als 50 Infektionsfälle bestätigt. Es könnten laut Johnson aber deutlich mehr werden.